Herzlich Willkommen zurück zu Anno 2205. So, wir haben hier ein paar Optionen aufzurüsten. Naja, gut. Bezogen auf ein paar. War ja jetzt nur echt überhaupt nicht viel, aber egal. Was wir haben, das haben wir. So, hier noch ein paar. Leidet unter inadäquater Warenversorgung. Na, das sieht ein bisschen hübscher aus. So. Ja, gut, dann machen wir das eben so. Äh... Ja, das ist doch ganz in Ordnung. Dann kommen hier noch mal welche hin. So, was machen wir mit den ganzen Bahnhöfen? Das geht mir so auf den Keks. Naja, machen wir das eben so. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ups. So. Hier können wir doch sicherlich auch noch mal ein paar rauffriemeln. Wie sieht's aus... Boah. Nicht viel, aber ein bisschen. Nein. Ah, passt überall nicht. Ist das doof. Wir werden die... Wir werden die... Öh. Ja, das... Ah ja, hier passt auch einer hin. Gott sei Dank auch. Mhm. Ui. Da brauchen wir tatsächlich ein zweites Firmenhauptquartier. Ich würde auch fast sagen, dass wir das dann hier irgendwie... Ja, versuchen raufzusetzen. Danke für alles, Bart. Jetzt bin ich aber gerade am überlegen... Irgendwie müssen wir die Blocks ja hier wieder reinkriegen. Das machen wir ganz anders. He he. So. Dann stocken wir hier mal eben ganz schnell ein bisschen auf. Oh, ja. Ein paar mehr. Sehr schön. Schnell ein paar Fruchtsäfte. Transferoptionen werden aktualisiert. So ein bisschen Brot auf dem Tisch. Passt. Wir werden aktualisiert. So. Jetzt. Hmm. Joa. Das eine Teil hat sogar gereicht. Das ist ja sehr schön. Geht trotzdem runter. Hm. Danke für an. Ja, danke für nichts. Das denke ich mir dann auch manchmal. Mal. So. Das ist in Ordnung. Äh. Ich weiß gar nicht. Hatten wir da jetzt überhaupt noch irgendeinen Vorrat? Molybden. Äh. Sieht schlecht aus. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Zack. Schuss.